Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together, dem Damakash-Server. Jo, recht herzlich willkommen. Ich bin noch nicht begrüßt worden, aber ich sag's mal. Ich wollte gerade noch was Schönes sagen und dann... Jo! Das Reiter ist auch dabei, genau. Wird's nacht oder ist's morgen? Es wird nacht, ne? Dann gehen wir mal grad schlafen, denke ich mal, ne? Okay. Ja, ich begrüße den Knolle natürlich auch, der da jetzt wieder dabei ist. Aber das hat man gar nicht gemerkt, ne? Hat man gar nicht gemerkt. Wir gehen jetzt zum Turm und bauen den weiter, ne? Oder du machst den Oberlichter, da warst du ja zuletzt bei, genau. Ah, jetzt bin ich voll durcheinander. Hier wollte ich jetzt gucken... Was hattest du gesagt? Der Turm ist nicht mittig, oder wie? Ja, man kann da kein Kreuz mittig setzen. Okay. Weil das neun Blöcke sind. Okay. Ich glaube, ich war's. Ich muss jetzt mal gerade checken, wie ich das hier sehe. Ja, wenn's neun sind, geht's nicht. Man muss... Man sollte sich angehüffeln, nicht so viele Spiele auf einmal zu spielen. Okay. Ich drück hier Tapp, um ins Inventar zu kommen. Geht alles nicht. So, ich will jetzt hier nachher ne Dingens bauen. Wie heißt das? Ne Treppe nach oben. Das heißt... Ah, genau. Hab ich wieder die falsche Taste gedrückt, wie immer. Wollt ihr Steine wegnehmen, ne? Hm. Ich bin jetzt immer noch überlegen, was wir da oben so hinmachen können. Okay, der muss auch noch weg. Zäune sehen dann bestimmt auch nicht drin aus, ne? Ah, das war wieder die falsche Taste. Ne, Zäune sind... Sieht doof aus. So, hier muss ich was wegnehmen. Warte mal, wenn der Eingang da ist, dann kommt der Eingang auch da hin. So, das passt schon. Und da habe ich jetzt einen zu viel weggenommen. Den können wir da gleich wieder hinsetzen. Gut. Ne, da läuft gerade was falsch, oder? Hm. Ne, ist doch richtig. Das sind ja da noch zwei Steine. Sieht auch nicht aus, ne? Ne, das ist ja unten aus. Der Baum ist weg. So, jetzt bin ich so toll überfragt. Was kann man denn da reinmachen? Wo reinmachen? Über die Tür. Ja, ausprobieren, ne? Ich kann es dir auch nicht so direkt sagen. Ich weiß schon mal, dass Halbstufen und... Stufen haben wir gar nicht mehr, ne, oder? Hast du gekriegt, Allerwender? Hm. Ich kann dir nur sagen, dass Stufen nicht gut aussehen. Oder Holz generell sieht wahrscheinlich so gut aus. Obwohl man könnte auch... Ich weiß nicht, wie dir das gefallen würde, aber um die Türen herum... ...einen Holzrahmen machen, so ungefähr. Ja, baum mal erstmal rein und dann gucken wir uns an, oder? So, an den Boden ist da auch noch eins. Das hat wieder gut geklappt, einen daneben gesetzt. Ja. Gut. Ne, das sieht nicht so richtig aus. Gut. Ich muss jetzt irgendwie erstmal ein paar Stufen machen. Warte, wie viele brauchst du? Einige. Im Turm hoch dahinter wird reichlich sein. Warte, wenn du jetzt da unten stehen bleibst, dann liegen da... Ne, doch nicht, die gehen dann nicht über den Zaun, oder? Ich dachte, da unten liegen welche. Okay, jetzt hast du das mit dem Holz hier fertig. Hm, sieht nicht so doll aus, oder? Ja, ich war gerade mal überlegen, ob man vielleicht ganze Baumstämme nimmt. Ne, ich glaube, das lassen wir besser einen Stein. Aber dann weiß ich nicht. Dann müssen wir da oben auch wieder einen Stein drüber machen. Ja, egal dann. Nur so sieht es echt nicht toll aus, finde ich. Naja. Aber jetzt habe ich die Dinger aufgesammelt, war. Hm. Kann ich hier noch irgendwo her? Ja, da. Aber wenn ich da runter springe, bin ich verletzt. Gehe ich von aus. Drüben geht's noch. Oder du hast alles aufgesammelt. Hast du auch schon die Steine, die Treppen? Ne, die Treppen habe ich nicht. Die muss ich jetzt noch holen. Ah, jetzt komme ich wieder nicht über den Zaun drüber. Das ist auch blöd, ne? Wenn ein Stein davor setzt, kannst du über den Zaun springen. So, sieben Stück ist ja schon mal was. Da oben ist noch mehr von dem Baum. Den muss ich gleich auch noch abbauen. So. Okay, das heißt, ich muss da jetzt... Ne, das machen wir schön. Passt das? Ich glaube, ja. Und da geht's dann darum. Genau so ist es. Passt schon. Okay, der Stufe ist richtig, oder die Stufe ist richtig. Und hier kommt dann auch wieder eine hin. Also, der Stack ist leer, deswegen geht's hier nicht mehr voran. Und da muss einer hin. Muss man den Baum fällen. Ja. Hast du noch Stufen, oder nicht? Ja, noch ein paar. Ne, ich hab die gerade alle runtergeschmissen. Okay. Kann aber noch welche machen. Wieso kann ich hier jetzt nicht hochgehen? Ach, der Baum ist über mir, alles klar. Ich hab jetzt noch mal 24 Stück. Okay. 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 Und hier haben wir wieder eine Runde gemacht. Da müssen wir wieder um eine Kurve, genau. Die Wald, achso, ja, kann man das sehen. Ich bin in der Falschrichtung. Oder war das schneidend zu weit? Kann schon vielleicht einer zu weit sein, so wie das von hier aussieht. Ja, ich glaube, es ist schon einer zu weit. Schon wieder ein Stack leer, du glaubst es doch nicht. Jetzt hab ich auch keine Steine mehr, fällt mir so auf. Gut. Ich auch nicht. Da muss ich noch Stufen. So, die Treppe geht da schon mal hoch. Okay. Die Treppe in den Himmel. Die Treppe zum Himmel. Da. Ja gut, okay. Das heißt, wir brauchen mehr Steine jetzt. Ja. Super. Kommen wir noch in den Keller irgendwo? Weiß ich gar nicht mehr. Ne, hab ich zugebaut. Ich glaub, von außen kommt man da noch dran, aber... Hier ist alles zu. Ich könnte doch zu Damakasch nochmal laufen. Und Damakasch die Steine klauen, ne? Ich hab einen Eingang gefunden. Aber da sind noch ewig viele in der Truhe. Echt? Haben wir hier noch welche in der Truhe? Ne. Nicht, dass ich jetzt mal nichts gesehen hab. Irgendwie bräuchte ich eine Schippe, ne? Oh, da ging's ja doch schon runter. Shit. Okay, dann machen wir das so, dass wir da... ...den Aufgang machen, ne? Jetzt weiß ich nur nicht, wo das Wasser war, ne? Auch schön. Egal. Ich glaube, der Autoscooter ist auch... Weitergebaut? Ja, sieht zumindest so aus. Das war mein Schild, was total lustig war, mit geändert. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Oh, warte mal. Das Lava-Becken war aber noch nicht so... ...glaub ich. Warte? Hier ist ein Lava-Becken, genau. Wenn man zum Bahnhof geht. Okay. Holzkohle brauchten wir auch, oder wie war das? Äh, Holzkohle. Oder Kohle. Ja, Kohle. Hier ist grad ne Ader. Erz ist auch da. Und jetzt ist meine Axt kaputt. Jo. Da ist der Ausgang. Da ist ja schon wieder dunkel draus, ne? Äh, das ist wasser. Gut, dann mal eine Runde pennen, oder nicht? Ja, ähm. Ich muss gerade mal gucken. Wohl die Öffener waren da, ne? Hm. Ich mach ganz viel Brot, aber mach ich das nicht. Äh, wo ist der Naturstein? Da unten rechts. Die Kohle ist auch da. Gut. Ne, mach. Zu meiner Kürbispyramide kann man wie anders hin. Musste man... Okay. Ich mach die Leiter auf. Oh, Mann. Mit dem Billardtisch. Da sind sie so. Jetzt möchte ich das gerne so machen, oder? Äh, nein. Das ist das gleiche Problem wie sonst auch. Ich mach das jetzt gerade nicht hin. Oh. So, jetzt hab ich's hingekriegt. So, ich lieg jetzt im Bett. Gut, ich komm dann da hin. Dann kann man die Folge auch direkt bilden. Genau so ist es. Du liegst in einem anderen Bett. Ich liege in meinem Haus. Okay, dann würde ich sagen... Was ist das mit dieser Folge? Und wir bedanken uns recht herzlich... ...für das Zuschauen. ...und würden uns freuen... ...wenn ihr das nächste Mal... ...auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020